Ihr neuer superflacher Fernseher macht richtig was her im Wohnzimmer. Wäre da nur nicht dieses grausige Gewirr an Kabeln, das sich darunter auftürmt. Diese All-in-One HDMI-Center von Auvisio ist der Ausweg aus dem Kabelchaos. Die flache schwarze Box fügt sich dezent in jede Wohnzimmereinrichtung ein. Bis zu neun analoge und digitale Mediengeräte verbinden sie gleichzeitig mit ihrem neuen Entertainment-Center. Von dort führt nur noch ein einziges HDMI-Kabel zum Fernseher. Und das Beste? Alle Videosignale, die nicht bereits in Full-HD-Qualität eingehen, werden in Echtzeit digital aufgebessert und hochskaliert. Mit der komfortablen Fernbedienung wechseln sie bequem zwischen den Videoquellen wie DVD oder Blu-ray-Player, Spielkonsole, Satelliten-Receiver oder Multimedia-PC. Übersichtlicher geht es nicht. Greifen Sie jetzt zur intelligenten und aufgeräumten Lösung für Ihr Wohnzimmer. So sagen Sie dem Kabelsalat Adieu.